Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Purpur! Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video! Ja moin Leute, ne und herzlich willkommen zu dieser Special-Folge von Pokémon Purpur! Ja, warum Special-Folge? Äh, momentan ist ein Event, wodurch man ein legendäres Pokémon fangen kann und das wollte ich ja unbedingt aufnehmen, weil ich ja legendäres Pokémon aufnehmen will. Und auch jetzt jagen wir demnächst. Äh, für den Raid wird mein Kollege Kai gleich noch dazukommen. Und bevor das vonstatten geht, würde ich sagen, haken wir erstmal die Pokédex-Einträge ab. Über mir ist natürlich wie immer ein Zeitstrempe, wenn ihr die überspringen wollt. Und ich würde sagen, wir legen einfach direkt mit den Pokédex-Einträgen los. So Leute, hier haben wir unser erstes Pokémon, ne? Beziehungsweise den ersten Pokédex-Eintrag. Forstelka, das Beutelwurm-Pokémon. Dein gesamter Körper steckt in einer stahlharten Schale. Ihr Inneres bleibt ein Geheimnis. Als nächstes Mogelbaum, das Imitations-Pokémon. Um nicht angegriffen zu werden, gibt es vor, ein Baum zu sein. Es hasst jedoch Wasser und flieht vor Regen. Als nächstes habe ich für euch Tenterra, das Qualgenpilz-Pokémon. Mit den 10 Tentaken umschlingt es Beute und saugt ihr auf schmerzhafte Weise die Nährstoffe aus. Die Falten am Hut saugen, sind eine Delikatesse. Das klingt aber nicht nett. Und zur gute Letzt von meiner Seite aus, Tuska, das Kaktus-Pokémon. Dieses Pokémon lebt an trockenen Orten mit wenig Niederschlag. Seine gelbe Blüte blüht einmal im Jahr. So, als nächstes ist da Noah dran, euch was vorzulesen. Viel Spaß, Noah. Danke, Shining. Ich lege dann mal los. Das hier ist Viscogon, das Drachen-Pokémon. Wird es zornig, gerät es außer Kontrolle. Es wütet umher und schwingt seinen Schwanz, der kräftig genug ist, einen Lastwagen wegzuschleudern. Als nächstes Sonnflora, das Sonnen-Pokémon. Tagsüber richtet es sich stets auf die Sonne aus, um ihr Licht aufzufangen und in Energie umzuwandeln. Das hier ist Ampharos, das Leuchten-Pokémon. Bei Dunkelheit sieht man das helle Licht an seinem Schwanz von Weitem über das Meer scheinen. Und zu guter Letzt, Aimentis, das grassige Pokémon. Viele Trainer geben Aimentis einen eigenen Blumentopf, damit es ungestört Sonnenbaden kann. So drimm, du Schlingel, jetzt bist du dran. Irgendwie klang das grad wie ne Drohung. Das hier ist Castella, das Querstern-Pokémon. Es hat beeindruckende regenerative Kräfte. Von ihm abgefeinderte Tage schmecken so bitter und herb, dass sie kulinarisch ungenießbar sind. So, als nächstes haben wir hier Trapfel, das Apfelflügel-Pokémon. Schäden an seinem Apfel repariert es mit seiner Körperflüssigkeit. Die Äpfel vom Kampf abhobten Trapfel sind Lehmfarben. Boah, jetzt kommt mal ein richtig cooles Pokémon. Das hier ist Arcanias-Legendär-Pokémon. Ist ja ein imposantes Pain, klingt so majestätisch, dass selig jeder, der es vernimmt, ungewöhnlich zu Boden wirft. So, und als letztes für heute haben wir ihr Traunmagie, das Magisch-Pokémon. Sein bizarrer, bannflurartiger Ruf quält seine Gegner. Es erschwert so plötzlich, wie es auftaucht. So, Shining, du bist dran. Ich hoffe, ihr habt viel Erfolg. Ja, Leute, das waren die Pokédex-Einträge für heute. Ich hoffe, ihr habt dann jetzt noch Spaß mit dem restlichen Part. Wir sehen uns dann gleich wieder, sobald Kai da ist. Also, bis gleich. Ja, Leute, ne? Hier sind wir jetzt kurz vorm Terrarate. Kai verprügelt gerade alles im Hintergrund, was da ist. Kai hat mich vorgewandt zu dem Terrarate. Er hat mein Pokémon hochtrainiert. Ich habe gerade eben, dass ich schon einmal aufnehmen müssen und hatte einen Fehler. In der Hinsicht, Entschuldigung. Kai, bist du bereit? Ich glaube, mein Mirai-Dum ist ein bisschen zugefroren. Das ist vor der so weiß. Wir bekämpfen heute Mewtwo. Ja, Leute. Mewtwo. Aktuelles Event-Rate. Ich will an der Hinsicht noch vorwarnen. Ich werde nicht jeden Terrarate aufnehmen. Ich nehme den Mewtwo-Terrarate nur auf, weil es ein legendäres Pokémon ist und ich ja auch die legendären Pokémon alle fangen will. Kai und ich sind bereit. Kann aber sein, dass wir hier mehrere Versuche brauchen und dass ich eventuell ab und zu die Lobby auf und zu machen muss, weil wir das hier nicht mit Bots machen werden. Er kämpft mit Mewtwo, ich mit Xerox. Wir sehen uns gleich beim Terrarate wieder. Das kann, wie gesagt, eine Weile dauern. Leute, wir haben keine Leute gefunden. Wir müssen leider ohne andere Kai. Hoffen wir mal, dass die Bots was reißen. Eigentlich sind die Bots sogar brauchbar. Sorry, dass ihr ihn jetzt selbst hört. Ich hatte ihn außer sehen, doch stumm. Einziger Nachteil ist, dass wir jetzt natürlich kein Support-Mew dabei haben, das irgendwie Lichtschild ersetzen kann. Dafür haben wir doch dich. Ja, aber nicht mit meinem Angriffs-Mew. Also wir haben zwei Bots dabei. Dummimiesel geht. Der andere wird ein bisschen schwieriger. Ich mache als allererstes erst aber meinen Angriff ein bisschen hoch. Kann das sein, dass er unendlich in der Zertie wird? Nee, das ist vorprogrammiert. Das macht er automatisch direkt zu Anfang. Ja, ich booste, glaube ich, erstmal meinen Angriff. Habe ich gehört. Und genau wegen Gedankengut wollte ich, dass du einen physischen Angreifer benutzt, weil sonst... Kai hat mich ein bisschen vorgewarnt, wie was ich hier bräuchte. Warum bin ich jetzt schon halb tot? Lass mich Terror reden. Kreuzschere! Ich glaube, ich bin schon tot. Nein, noch ein bisschen hast du. Bei mir haben sie noch ein bisschen. Ich habe vier AP. Vier. Ich habe einen Millimeter Schaden gemacht. Wenn man ganz genau hinschaut, dann sieht man vielleicht diesen Millimeter. Ich senke mal deine Initiative. Ich bin tot. Also wir haben jetzt hier eine halbe Ewigkeit versucht, irgendwie noch Randoms dazu zu bekommen. Aber wir können uns nur in einer Gruppe finden. Also wenn wir in so einer Gruppe zusammenlaufen. Anders finden wir uns irgendwie nicht gegenseitig. Echt doof gemacht. Und ja. Wenn wir das Gruppensystem nutzen, können wir keine Randoms joinen. So dämlich. Ich habe seine Initiative gesenkt. Und Gedankengut. Hi, ich glaube an dich. Spezialverteidigung von Muto kann nicht weiter gesteigert werden. Ich bin schon wieder tot. Ich will mal kurz erwähnen, das Pokor, ich habe es Level 100. So geht's, Mew. Terra, kristallisiere dich. Bekomme dann Tenon auf dem Kopf. Das sieht so ruhig aus. Beim Mew. Ich brauche noch eine Runde, dann kann ich. Oh wow, das hättest du doch voll gebracht. Ja, das kenne ich. One-Shot mit der Terra-Kristallisierung drauf und ich werde gewone-shottet. Ja, absolut. Ich spring's nochmal an. Warum bin ich der Einzige, der hier noch steht? Ihr könnt mich doch nicht alleine lasten. Ich bin schon wieder down. 15 Sekunden. Aber ich kann jetzt Terra-Kristallisieren. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir werden das nicht schaffen. Nein, das wird auch nichts. Dafür braucht man wirklich vier kompetente Leute. Also dafür brauchst du vier kompetente Leute. Ja, ich habe doch einen hier. Ich weiß, dass ich inkompetent bin, aber du bist doch mehr als kompetent. Geil. Oh Gott. Keil, lassen wir dich im Stich. Los, Scherox. Holzschere. Komm, ich bin schon wieder drin. Ich bin aber auch down. Damit ist die Zeit abgelaufen. Ich kann kaum dazu in Angriff zu machen. Und? Zwei, eins, ich lebe wieder! Los geht's Mew! Kämpfer! Bei mir läuft noch der Timer. Ey, wir haben es mit Bravour bestanden. Da steht es doch, Mewtwo besiegt. Kämpfer Mew, ich weiß, dass du was schaffen kannst. Und du hast es mit Bots schon mal geschafft, habe ich gehört. Ne, mit Bots nicht, aber ich habe es random online gemacht. Es ist möglich mit Bots, aber du musst halt wirklich eine super Kombination kriegen und die ist echt gescheuert gemacht. Ich konnte noch mal Kreuzschere setzen. Guck mal, wir haben einen Millimeter am Balken weggekriegt. Okay, das Ding ist auch auf Plus 4 Speziale hochgetickt. Das ist so bescheuert dieser Kampf. Ich habe dich als kompetenten Spieler noch dabei. Das kann doch nur funktionieren. Ich weiß, dass ich inkompetent bin, aber ich habe dich doch dabei. Du schaffst das. Du regelst. Nein, mit Epitaph sollte ich das nicht machen. Vielleicht können ja doch randoms joinen und wir haben einfach zu kurz gewartet. Ich lasse einfach mal den Timer komplett ablaufen. Vielleicht geht es ja doch. Okay Leute, wir haben jetzt hier über eine halbe Stunde lang versucht uns zu finden über die Random Funktion und schaffen es nicht. Kai hat mir jetzt eben kurz seinen Mio geliehen. Er ist als moralische Unterstützung noch hier. Und jetzt versuche ich damit das Mio zu bekämpfen. Ich weiß gar nicht, wie ich dein Mio überhaupt einsetzen muss. Grundsätzlich, du spammst eigentlich nur Käfertrutz und sobald du Terra kristallisieren kannst... Da ist ein Warnwitz in meinem Team. Ohhhh... Und der hat auch noch bereit gedrückt. Nein! Im Prinzip setzt das Mio darauf, dass du mit Käfertrutz den Spezialangriff von Mio2 klein hältst und sobald der Schild gebrochen ist oder dass der Schild bricht, Schwertanz und Blutsauger, um dich zu heilen. Gelegentlich, um dich zu heilen, kannst du den Lebenstropfen machen. Ich fand das jetzt gerade genial, ne? Die haben alle reagiert wie ich. Die haben gesehen, der mit Warnwitz hat auf bereit gedrückt, alle mit anderen direkt rausgegangen. In der Hoffnung, dass du ein vernünftiges Support Mio dabei hast, dass ein Lichtschild und ein Nebelfeld machen kann. Nebelfeld war ja, dass das häufiger daneben haut, ne? Der Gegner... Nebelfeld verstärkt im Prinzip eigentlich nur Feenattacken und verhindert, dass du von Statusveränderungen betroffen werden kannst. Sei es Schlaf, Gefroren, weil Mewtwo... Mewtwo, sobald der Schild von Mewtwo bricht, setzt es automatisch Erholung ein. Und das willst du nicht. Du willst nicht, dass der Quich sich nochmal voller heilt. Ich kämpfe mit Kai's Mewtwo. Wenn ich irgendwas falsch mache, kann er ja als Drim einspringen und mich anfauchen. Kerstwende... Er spielt übrigens gerade selber noch im Hintergrund. Aber er ist moralisch da. Er ist das Mew, das da auf dem Feld sticht. Ich seh' nen Shiny Mew. Lol. Ja... Meinetwegen, so lange kann ich das nicht gut. Irgendwie so starken Mews, ne? Und Dreckgedanken gut. Ja, man kann das. Muss der immer. Mich erstmal boosten und ein Schild setzen. Also ich erwähne hier nochmal. Ich kämpfe jetzt hier mit Kai's Mew, weil das nicht funktionierte, dass wir uns gefunden haben. Wir haben das um die halbe Stunde, äh, dreiviertel Stunde versucht und es hat nicht geklappt. Bist du ein Shiny Mangunior? Nein, du bist ein... So, Käfertrutz. Ja, aber kann ich da jetzt ein paar andere aufmachen? Jo. Machen sie alle. Äh, wie einstudiert. Ist auch einstudiert. Das ist die gängige Taktik für den, äh, für den Mist. Einfach den Spezialang auf die ganze Zeit senken, ne? Ja. Damit der nicht so viel Power hat. Und damit der auch Gedankengut ein bisschen häufiger nutzen muss, ne? Damit der nicht angreift. So, und der eine macht jetzt schon Schwertanz. Der geht ihm mit der Buff jetzt schon mal hoch. Das kannst du auch machen, der dürfte, äh, dadurch, dass er so viele mit Käfergriff sein dürfte, der sich eigentlich nicht wirklich viel machen könnte. Wir machen das, Mio-Truppe. Im Film haben wir ihn auch besiegt. Obwohl, im Film war es, glaube ich, ein Unentschieden, oder? Da haben die ja gegeneinander gekämpft. Mhm. Obwohl, Mio ist eigentlich eher mehr nur geflüchtet. Hier verliert noch mal ein bisschen Angriff. Oh, ich kann. Ich sauge jetzt sein Blut. Das ist natürlich blöd, dass er jetzt keinen Support dabei hat, wenn man ein Wichtschild setzen kann. Wie diese random Bugstack des Pokémon einfach was gewindet. das hatte ich auch schon so oft oft kriegen das unsichtbare pokémon manchmal habe ich das auch gegen ende ich sollte meinen angriff noch mal wussten doch ich sollte jetzt genügend angriff haben waren zwei stufen 100 prozent pro zwei stufen fast die falsche attacke und jetzt mit dem blutsauger dein leben auftrischt bevor ich den psychostoff weg puste ich kann leider nämlich nicht so viel leben mein johann dafür drücke ich zu schnell nee da liegt genau der avatar drüber entschuldigung er sieht halt nur mein bildschirm es ist jetzt wieder voll ja das habe ich gewinnt danke genau und jetzt jetzt noch mal schmerz hat sie da drauf meinst du nicht erst mal ein bisschen ich wollte gerade sagen ich erst mal ein bisschen käfer trotzen erst mal ein bisschen käfer trotzen wenn es schwächer wird was für ein mistvieh ich hoffe eines von diesen random news hat eine nebelfeld dabei ich sehe keins ja das wird wenn wenn wird das entsprechend nur das ersteinsetzen wenn die jungen kurz davor steht dann still zu verlieren so nach dem nächsten käfer trotz würde ich aber auch wieder den angriff boosten ne oder vielleicht sollte ich mir erst einmal heilen ja mach mal ein leben ja geht ja für alle ne genau dann kannst du das ganze team ein bisschen stärken damit ich glaube der eine geht sonst jetzt hier taucht macht blutrauger da hält sich selber gut mit und dadurch dass das team aus kephal virus besteht mit blutsauger ich müsste eigentlich meinen angriff boosten ja weil ich habe zu wenig leben lebens tropfen hat jetzt nicht so viel gehalten ein feuer treffer 50 prozent mehr schaden drauf ich sehe ein feld ja das ist das nebelfeld das ist super das team bock das heißt die kannte sich nicht in schlaf versetzen kann sich dementsprechend zu teilen los mio trop ich muss blutsauger machen sonst bin ich tot psycho stoß ich bin tot das regelt das team jetzt aber ihr macht das sobald der film gebrochen ist dann kriegt es wenigstens endlich wieder richtig schaden ne ist Mewtwo schon einfacher ja es ist immer dieser schild der die pokémons bei terror rates schwer macht ich mach mal direkt nen schwertanz ja mach jetzt mach schwertanz gut dass ich das jetzt erst machen kann genau nachdem das weggemachen würde und jetzt hast du natürlich auch den vorteil dass der psychoschuss ja keinen schaden mehr verursacht nicht mehr so viel schaden verursachen kann weil jetzt wieder nur nichts effektiv wird ich finde der macht trotzdem gut schaden ja wahrscheinlich wenn man zu sein spezial angriff gebucht wird hat ordentlich wieder weil es ist egal aber das wäre damit machst du noch weniger schaden sind ja die hp ausgegangen oder was ist los weil er einfach mit dem blutsauger durch jetzt kann das nicht mehr viel das gefährlich ist wahrscheinlich jetzt noch der eisstrahl dass wir euch einbringen der hat einen eisstrahl ja ich hatte aber in meinem youtube früher immer einen ladestrahl dabei und dabei nebenbei noch spezial angriff zu boosten ich hab gehört du willst mal ein bisschen vom spezial angriff wieder verlieren das wäre jetzt hart ärgerlich wenn wir das jetzt noch verlieren ich nutze extra deinen mio wir schaffen das ich habe dich moralisch dabei er setzt wieder gedanken gut ein ich hab seinen angriff kurzzeitig gesenkt ja haben es verstanden denn spezielle verteidigung geht nicht mehr höher da waren in viel 4 das wird jetzt verdammt eng drauf und leute da sind zwei mios gestorben keiner von uns hat mehr terror ich glaube wir verlieren das hier ja aber es war knapp ihr kriegt einfach einen cut wenn ich das jetzt geschafft habe ich versuche das noch ein zweimal oh leute ne das hier hat jetzt zwei stunden gedauert und kai und ich regen uns durchgehend über das video rechts von mir auf ihr habt das nicht gesehen weil ich das durchgehend auch pausierend hatte aber der hat alles falsch gemacht was man falsch machen konnte da seht ihr es sogar er benutzt die ganze juwelenkraft und sein pokémon ist auch vom terror version stein gewesen er hat auch durchgehend immer wieder mal hyperstrahl reingehauen er hat uns nur für brems aber wir haben es geschafft kai hat mich durchgehend angefeuert damit ich hier noch motiviert bleibe ja weil ich genau weiß wie anstrengend dieser kampf ist das war auch für mich eine stellerei kai danke nochmal für dein mio sehr gerne ihr weißt du was ich so schön finde an terror raids ist es egal welchen ball du wirfst der klappt eigentlich immer ja das ist die eine änderung die sie aus schwer und schnitt mitgenommen haben von den dina raids dass sie immer safe sind garantiert gefangen werden das fand ich halt so doof damals bei den terror raids du hast du ja ich habe es endlich besiegt und dann klappt der fang nicht und dann bricht es wieder aus dem ball aus das ist ja nur gedacht willi ich habe mioto ich wiederhole leute ich sitze hier seit zwei stunden kai kann es bestätigen ja wir haben so zwei stunden damit jetzt man kriegt hundertmal den stein ja und ein gold gold kauf boah leute das war so ein krampf danke dass du mir dein miogelein hast der race von uns hat durchgehend geschwinkert ich sitze hier wirklich schon seit zwei stunden ich bin voll geschwitzt beim ventilator ist schon an falls ihr den hört tut es mir leid aber kai hat äh auch was positives davon er hat durchgehend shiny pokémons gefunden ich bin ja random durch die welt sammle alles mögliche ein und krieg dabei ein paar shinies spendiert ein mio2 level 100 auch wenn du ein hp ach das hat eine marronbeere wegen seiner erholung richtig das wäre nämlich doch noch der größte mist gewesen was kannst du denn dafür dafür habe ich mich durchgeprügelt ich habe zwar leider nicht das shiny bekommen dahinter die mich eigentlich das eigentlich gerne sehen würde aber so zwei drei shinies so random in der weltgeschichte sind immer schön dafür habe ich jetzt hier ein paar stunden gekämpft für dieses pokémon mit exzellentem potenzial ja weil es auf allen werten maximal ist ok leute ich sitze hier wie gesagt schon seit zwei stunden ich hoffe ihr hattet einen angenehmen party mit wenn ja ein abo und ein like da lassen und wenn nicht dann einfach nur wie nach der qual zu unterstützen danke danke dass du mich durchgemotiviert hast und dass du dabei warst und danke dass du mir dein mio geblieben hast vor allem noch mal tschau leute tschau leute tschau leute tschau leute tschau leute